Mit der Funktion, die Sie gleich kennenlernen, schützen Sie ein Dokument vor versehentlichen Änderungen. Die Betonung liegt auf versehentlich, denn der Schutz ist so wirkungsvoll wie ein Bitte-nicht-stören-Schild an einer unverschlossenen Tür. So geht's. Wechseln Sie zum Register Datei und wählen Sie Informationen. Klicken Sie auf Dokument schützen. In Excel bzw. PowerPoint heißt dieses Symbol folgerichtig Arbeitsmappe schützen bzw. Präsentation schützen. Wählen Sie die Variante als abgeschlossen kennzeichnen. Die beiden folgenden Hinweise bestätigen Sie jeweils mit OK. So, neben dem Symbol erscheint nun dieser Hinweis samt einem Stempel-Symbol. Ein erster, aber noch relativ dezenter Hinweis auf das Bitte-nicht-stören-Schild. Sobald Sie aber wieder zurück ins Register Start wechseln, prangt es unübersehbar über dem Türrahmen. Solange es hier zu sehen ist, sind Änderungen an Dokument, Arbeitsmappe oder Präsentation nicht möglich. Aber ein einziger Klick auf Trotzdem bearbeiten entfernt das Schild und mit ihm den Schutz. Untertitelung des ZDF, 2020